Herzlich Willkommen bei dem Thema, das Liebe Geld Teil 2 und heute möchte ich euch gerne erläutern, wie ihr es schaffen könnt, dass euch Leute unbedingt Geld geben wollen. Ja, richtig gehört. Wir wollen heute mal erkunden, was du tun kannst, damit die Leute dir unbedingt das Geld geben wollen, dass es dir sogar quasi aufzwingen. Und zum Thema Liebe Geld habe ich ja schon in der letzten Show gesagt, das ist auf der einen Seite eine wirklich handwerkliche Sache, man muss also schon beruflich so ein paar Dinge wirklich auch klar haben, dass das funktionieren kann, aber es ist auch eine Einstellungssache. Also es geht auch so ein bisschen darum, wie man über Geld und Geldverdienen denkt, wie man dazu fühlt, was einen Einfluss hat auf das, was wir dann am Ende des Monats tatsächlich auf dem Konto haben. Und in der letzten Show hatte ich euch eine wunderbare Übung gezeigt, die bei vielen von euch auch echte Begeisterung hervorgerufen hat, nämlich die Übung Kraftworte. Und das ist eine Übung, die eben um das Thema Einstellung geht, ja, was habe ich für eine innere Haltung. Und wenn dich das interessiert, mit dem Thema innere Einstellung da noch ein bisschen dran zu arbeiten, dann kann ich dir den Big Shift Kickstarter Kurs empfehlen, der im April wiederkommen wird. Und wie gesagt, der Big Starter Kurs und der Big Starter Kurs, der ab Ende März startet, der wird dir dann eben das Handwerkliche zeigen. Wie gehst du jetzt denn genau vor, um ins Geldverdienen kommen zu können? Und das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, das ist so auf der Mitte, zwischen dem Handwerklichen und der Einstellungssache. Und das, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist der Wow-Faktor. Der Wow-Faktor ermöglicht es dir, dass die Leute dir unbedingt Geld geben wollen. Und um diesen Wow-Faktor ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich euch ein paar Fragen stellen mit der Bitte, dass ihr mir hier in dem Chat jetzt fleißig auch was dazu schreibt. Und hier kommt dann auch gleich die erste Frage, warum in aller Welt bist du hier? Warum schaust du dir jetzt dieses Video an? Was ist dein Begehr? Warum bist du nicht irgendwie draußen spazieren und machst irgendwas anderes Schönes in deinem Leben? Warum hast du dir jetzt diese Zeit hier genommen? Und schreib bitte mal in den Chat, so ehrlich wie möglich, was dich bewegt, hier dran teilzunehmen. So, hier haben wir jetzt schon mal die ersten Antworten. Ich suche mal so ein paar raus. Suche Impulse, mein Leben zu verbessern und zu verändern. Roman sagt, die andere Beziehung zu Geld zu bekommen. Katja sagt, ich habe ein Muster von meinen Eltern übernommen und das will ich wohl loswerden. Franka sagt, mir geht es um das schlechte Gewissen, sobald ich Geld verlange. Bernd ist dabei, Informationen zu sammeln. Rita sagt, weil ich mein Wissen meist verschenke. Das heißt also so ein bisschen wie, ich würde gerne lernen, wie ich damit jetzt mal auch mein Geld verdienen kann. Dann haben wir hier, Geld ist ein interessantes Thema, sagt Anita, das ich bisher eher ausgeklammert hatte. Heidi, weil ich es genau wissen will, wie ich es genau machen kann. Neben meinem Webinar mit meinem Wissen auch das Geld zu nehmen, wie es geht. Dieter sagt, ich hätte gerne mehr Geld. Farid, ich möchte meine PS auf die Straße bringen und gutes Geld verdienen. Blockaden lösen, sagt Lothar. Inneren positiven Zugang zu Geld finden. Ralf sagt, arbeite viel zu viel und verdiene wesentlich zu wenig. Ansgar ist mehr an der Meinung der anderen Menschen, über das Thema Geld interessiert. Und ich grabe mal hier noch so ein, zwei raus. Brigitte sagt, weil ich immer wieder Geldprobleme habe, die mich unter Stress setzen. Und Jörg schreibt zum Beispiel, lockere Einstellungen zum Thema Geld. Gut, okay, wunderbar. Dann kommt gleich mal die nächste Frage. Würdest du heute teilnehmen, wenn du in Geld schwimmen würdest? Würdest du teilnehmen, würdest du dieses Video anschauen, wenn du in Geld schwimmen würdest? So, hier kommen jetzt die meisten mit einem Nein rein. Einige wenige schreiben auch ein Ja. Gabriele sagt zum Beispiel, ja, man lernt nie aus. Aber die meisten schreiben hier wohl ein Nein. Gero sagt hier, vielleicht hast du auch neue Impulse, da kann ich gleich nochmal inspirieren. Also nach dem Motto, wenn du schon Geld schwimmst, könntest du vielleicht hier noch die eine Inspiration bekommen, in noch mehr Geld zu schwimmen. Okay. Nächste Frage. Würdest du teilnehmen, wenn ich heute nur das Telefonbuch vorlesen würde? Schreibt mir jetzt mal in den Chat hinein. Würdet ihr teilnehmen, wenn ich heute mit meiner sympathischen Stimme und auch meiner krank-sexy-Stimme, da würdet ihr heute teilnehmen? Nö. Ingrid sagt hier, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Nein, 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 nein. Okay. Ganz sicher nicht. Und Gero sagt, es kommt auf die Stadt an, die ich vorlese. Nun, es wäre Gütersloh-Ost gewesen. Okay. Ich glaube, hier ist jetzt, Sonja sagt, kann ich selber, aber du kannst das nicht so gut wie ich. Sonja, sei dir mal sicher. Und Peter sagt, es ist so ungewöhnlich, das würde mich anziehen. Wahrscheinlich würde der ein oder andere sagen, das ist jetzt einfach eine total geile Kunst-Performance. Wir haben zwar den Sinn noch nicht verstanden, aber das muss man sich ja angucken. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Okay, aber ihr ahnt schon, worauf ich hinaus möchte. Ihr seid alle hier aus komplett egoistischen Gründen. Ja, ihr seid aus komplett egoistischen Gründen hier und die meisten von euch, nicht alle, sind hier, weil ihr Schmerzpunkte habt, die gelöst werden sollen. Schreibt mir nochmal rein, ob das in irgendeiner Form stimmt, was ich jetzt hier als erste Kernerkenntnis auf den Punkt bringe. Ich glaube, bei aller Sympathie, die ihr für mich hegt, hört sie dann doch auf, wenn ich hier nicht in irgendeiner Form euch was biete, was euch hilft, eure Schmerzpunkte zu lösen. So, und ihr sagt, jawohl, das stimmt, genauso ist es, ihr seid hier aus komplett egoistischen Gründen da und das weiß ich auch und das ist aber das Entscheidende, wenn wir dafür sorgen wollen, dass Leute uns das Geld von sich aus hinterher tragen. Und um den Schmerzpunkt noch ein bisschen genauer auf den Punkt zu bringen. Ein Schmerzpunkt ist ein Problem, das Leute nervt. Und je größer das Problem ist, je schmerzhafter der Schmerzpunkt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an deinem Angebot, was auch immer das ist, ob du jetzt als Angestellter oder Angestellte in der Firma arbeitest oder ob du selbstständig bist, also je gravierender der Schmerzpunkt ist, den du vielleicht lösen kannst, desto höher ist das Interesse da. Und ein Schmerzpunkt ist für mich, wenn du ein Problem hast, das wirklich wehtut. Also zum Beispiel hat vorhin eine Teilnehmerin geschrieben, ich stehe wegen der ganzen Geldgeschichte immer so unter Strom, das nervt mich total. Ja, wenn man quasi immer nur von einem Monatsende zum nächsten lebt und bebt und zittert, ob man denn alles noch rechtzeitig bezahlen kann, ja, oder ob man irgendwie vielleicht auch mal in ein sehr schwieriges Fahrwasser kommt, kann die Miete nicht mehr bezahlen und ähnliche Sachen. Ja, das ist ein Schmerzpunkt, der tut richtig weh. Und es geht hier nicht nur um Schmerzpunkte jetzt, was das Geld betrifft. Wir reden zwar hier über Geld und das ist ja auch das Thema, aber das gilt für alles im Business, überall da, wo du einen Schmerzpunkt ausmachen kannst, wo Leute sagen, das finde ich richtig scheiße, das nervt mich, da rege ich mich drüber auf, das frustriert mich, das finde ich kacke und so weiter und so weiter. Das ist ein guter Schmerzpunkt. Und noch besser wird der Schmerzpunkt, wenn er dringend ist. Also wenn die Leute sagen, und ich hätte gern auch jetzt eine Lösung. Und dieses Bild, das ich hier gerade zeige mit dem Wasserglas und der Wüste da im Hintergrund, das ist ein wunderbares Beispiel für einen Schmerzpunkt. Ja, weil es letztendlich darum geht, dass jemand, der vielleicht durch die Wüste zieht, irgendwie nichts zu trinken hat und vor allem verdursten ist, ja, und wenn ich da einen Wasserstand aufmachen würde und da würde so eine Karabana an mir vorbei, die kein Wasser hätte, dann würde die mir, glaube ich, den einen oder anderen Euro dankbar geben, wenn ich ihnen im Gegenzug mein Wasser rüberreichen würde. Und damit haben wir den ersten wichtigen Anhaltspunkt schon gefunden, ja. Je größer der Schmerzpunkt ist und je dringlicher das Problem, desto höher die Bereitschaft, dass die Leute etwas dir dafür geben wollen von sich aus. Außerdem ist es auch wichtig, dass das Problem auch wirklich ungelöst ist. Wenn ich in der Wüste stehe und dann haben aber noch 23 andere Stände aufgebaut mit allerlei Sorten von Wasser, Cola und was weiß ich nicht alles, dann habe ich vielleicht ein Problem, ja, weil ich eben nicht der Einzige bin. Aber da, wo du einen Schmerzpunkt findest, für den es noch nicht wirklich ein gutes Angebot gibt, das ist der Punkt, ja, wo du sogar eine Chance hast, wirklich einen Euro zu machen. Und wenn du zum Beispiel Interviews führst mit Leuten, um herauszufinden, ob das wirklich ein Schmerzpunkt ist und du sagst denen, sag mal, wenn ich jetzt hier das Angebot hätte und du könntest es jetzt kaufen, würdest du es tun? Und Leute sagen, auf jeden Fall. Dann hast du etwas gefunden, mit dem du richtig gutes Geld verdienen kannst. So, ich hätte jetzt gerne von euch gewusst, wenn ich euch ein Seminar anbieten würde, das würde 1 Euro kosten, ja, um zu lernen, wie man 1000 Euro verdient. Wer würde da mitmachen? Tippt das mal einfach ein. Wer würde da von euch mitmachen? Ich sagen würde, hier ist ein Seminar, aber es kostet 1 Euro und du lernst dabei, wie du 1000 Euro verdienen kannst. So, und wir sehen jetzt hier gerade, ja, wir haben bei weiß nicht circa 8%, bei nein 3% und ja, haben wir jetzt 90%. Okay, wunderbar. Das ist die erste Umfrage. Stellt euch vor, ich habe ein Seminar, das kostet 500 Euro, um zu lernen, wie man 1000 Euro verdient. Wer würde da mitmachen? So, ich sehe jetzt hier auch, die Ergebnisse kommen rein. Tippt doch nochmal ab. Wer würde für 500 Euro am Seminar teilnehmen, um zu lernen, wie man 1000 Euro verdient? Da haben wir momentan ja, 20%, nein, 63%, 17% weiß nicht. Okay, weiter ruhig abstimmen. Wer würde das machen? Ich will einfach so ein bisschen mal hier Marktforschung betreiben. Also 500 Euro investieren, um zu lernen, wie man 1000 Euro verdient. Okay, und die Ergebnisse sind jetzt hier, 19%, 18% würden ja sagen, 61% würden nein sagen, 20% sagen, weiß ich nicht. Das sind die Ergebnisse. Und dann wollen wir das mal hier beenden, end Paul. So, dann solltet ihr die Ergebnisse auch sehen. 20% sagen ja, 60% sagen nein, 20% sagen, weiß ich nicht. So, dann machen wir noch einen weiteren, Paul. Jetzt sagen wir mal, würdest du 2000 Euro investieren, um zu lernen, wie man 1000 Euro verdient? Gebt mal bitte eure Abstimmungsergebnisse. Und aktuell sind viele bei, nein, das ist bei 98% und ja, sind bei 2%. Stimmt mal ab. Okay, also die Ergebnisse sehen so aus, dass die meisten, 91% sagen nein, 3% sagen ja, 5% sagen weiß nicht. Und Jens K. fragt, mehrfach oder einfach? Gute Frage, will ich an der Stelle auch beantworten. Also, wenn du es einmal gelernt hast, wie du 1000 Euro verdienst, kannst du natürlich nochmal 1000 Euro verdienen. Aber du musst erst 2000 Euro investieren. So, man kann natürlich diese Frage sehr unterschiedlich interpretieren, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist etwas anderes. Ihr habt nämlich jetzt etwas gelernt über euer Investorenverhalten. Ja, also die Ergebnisse sind hier nochmal, 4% haben ja gesagt, 88% nein. 8% haben gesagt, weiß ich nicht. Und diejenigen von euch, die auch schon bei 500 Euro gesagt haben, boah, 500 Euro investieren, um 1000 Euro rauszukriegen, die haben auch schon was gelernt über ihr Investorenverhalten, weil ihr im Prinzip gesagt habt, ich will eigentlich gar nicht diese Vorleistung erbringen. Und das sagt euch ein bisschen was auch über das Verhältnis zu Geld aus. Und bei der letzten Frage gebe ich zu, das hätte man so ein bisschen auch anders deuten können, dass man sagt, ich muss 2000 Euro investieren, kann aber nur 1000 Euro verdienen. Oder hätte es dann eine Chance gegeben, das mehrfach zu machen, da habt ihr vollkommen recht, das hätte ich damit hinzufügen können. Wenn ihr gedacht hättet, okay, ich gebe 2000 Euro aus, kriege aber nur 1000 Euro zurück, das ist ein Minusgeschäft, das mache ich nicht. Dann wart ihr weise. Wenn es aber so gewesen wäre, dass ihr 2000 Euro investiert und erst 1000 Euro und dann später nochmal 1000 Euro und dann nochmal irgendwann später 1000 Euro verdienen hätte dadurch, dann wäre es vielleicht ein unkluges Nein gewesen. Weil manchmal müssen wir erstmal in etwas, was reinstecken und auch ordentlich investieren, damit wir dann nachher ein gutes Angebot auf die Beine stellen können. So, dann lasst uns mal weitermachen hier mit der Präsentation, weil ich würde gerne an dieser Stelle gleich das aufgreifen, weil ihr gemerkt habt, wie das Interesse sich auch vom Finanziellen abhängig macht. Also es ist immer eine Frage, was ist für dich ein wirklich gutes Angebot? Eckart sagt, man könnte die Frage so interpretieren, dass man am Ende 1000 Euro Verlust macht, das ist natürlich Nonsens. Und Kerstin sagt, in Wahrheit hätte eine gute Ausbildung und Ausrüstung etc. schon viel mehr gekostet. Ganz genau. Und Heike sagt, wenn du mehr rauskriegst, als du reinsteckst, dann gewinnst du doch nur dabei. Ganz genau. Und wenn ich lernen kann, wie ich 1000 Euro immer wieder verdienen kann und ich muss aber nur einmal 2000 Euro dabei reinstecken, dann würde ich es als gutes Geschäft betrachten. Aber wie gesagt, ich gebe zu, dass die Frage etwas von mir geschickter gestellt hätte werden können. So, das heißt, wir haben jetzt noch was anderes erfahren. Schmerzpunkt ist nicht gleich Schmerzpunkt. Das heißt, der Preis muss in irgendeiner Form für die Leute stimmen. Und ihr seid nicht nur egoistisch, dass ihr sagt, ich will hier meinen Schmerzpunkt gelöst haben, sondern ihr seid noch egoistischer, dass ihr sagt, und ich will aber auch einen guten Gegenwert für mein Geld haben. Und beides ist vollkommen legitim. Es ist heute kein Seminar wieder dem Egoismus, nur an einer Stelle, aber nicht an dieser. Und dass man das einfach weiß, so sind Menschen gestrickt. Und ihr wollt eure Probleme gelöst haben und zwar zu einem fairen Preis. Jetzt möchte ich gerne noch einen Schritt weiter gehen, weil das ist immer noch nicht alles. Wir wollen nämlich mal gucken, was ist für dich wirklich ein gutes Angebot? Und welche Vorteile werden dir denn durch Geld möglich? Also nehmen wir mal an, du kannst jetzt durch ein Seminar gutes Geld verdienen. Und stell dir weiter vor, stell dir vor, du machst ein Seminar mit und du verdienst richtig gutes Geld. Und du verdienst sogar so viel Geld, dass richtig ordentlich was übrig bleibt. Schreib mir doch mal in den Chat hinein, was dir dadurch möglich wird. Sandra sagt, na wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich da auch nicht groß drüber nachdenken und mehr unbedacht für so etwas ausgeben und wertschätzen. Katja sagt, ich kann mein Business noch besser aufstellen. Ralf sagt, ich möchte mehr Freiheit. Das ist hochinteressant. Also das, was jetzt hier die Leute schreiben, super interessant. Also bitte unbedingt hier aktiv dabei bleiben. Reinhard sagt, sorgenfrei leben. Martin, ich kann für Arme spenden. Mehr Freiheit und Reisen. Unabhängigkeit. Besseres Leben. Nochmal Freiheit. Bestätigung, sagt Birgit. Ich kann mich fortbilden. Keine schlaflosen Nächte mehr. Ich könnte unbesorgt erleben. Wieder selbstständig und selbstbestimmt arbeiten können. Hört da raus. Freiheit. Selbstbestimmt. Selbstständig. Sorgenfrei leben. Andere Dinge finanzieren, die mir wichtig sind. Ich bin dann freier. Fortbildung und Reise. Nota nochmal. Mehr finanzielle Freiheit. Abbau des in Anspruch genommenen Kreditrahmens. Ich kann andere besser unterstützen. Petra, innere Ruhe. Ein selbstbestimmtes Leben. Weniger Angst. Ein sorgenfreies Leben. Das ist das, was viele schreiben. Und wenn du mal fragst, stell dir mal vor, du kannst sorgenfrei leben. Oder selbstbestimmt leben. Oder kannst du nachts gut schlafen. Was wird dir dadurch außerdem möglich? Wenn du dir jetzt mal überlegst, stell dir mal vor, das würde ich jetzt alles kriegen. Was würde mir dadurch noch möglich werden? Mentorin für andere sein. Gutes tun. Unabhängigkeit. Mehr lernen. Reisen. Sicherheit. Unabhängig kommt hier nochmal. Ich würde auch sehr gerne anderen Leuten zur Freiheit helfen. Katja sagt innere Ruhe und Kreativität. Großes über Kinder ausstatten. Reinhard sagt spenden. Diana Entspannung und Freude. Ich würde wachsen, sagt Margarita, und mich noch mehr trauen. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Mehr Energie für das, was mir wichtig ist. Noch mehr Gutes tun. Produktivität weitergeben, sagt Lothar. Anderen Menschen helfen dürfen. Meine Kreativität ausleben können. Petra sagt, das ist echter Spaß. Stefanie ein Buch schreiben. Bettina, ich kann geben, ohne dafür etwas nehmen zu müssen, um zu überleben. Brite sagt, Unabhängigkeit, Gesundheit, Lebensfreude, Gutes tun. Leichter durchs Leben gehen, sagt Ansgar. Okay. Wenn ihr das euch alles jetzt hier anseht und anhört, dann habt ihr eine weitere wichtige Botschaft für den Wow-Faktor bekommen. Menschen wollen keine Produkte kaufen, sondern ein besseres Ich 2.0. Ja, ob ihr jetzt, ob ich euch das über ein Seminar ermögliche, oder dass ich sage, hier ist ein Lottoschein, mit dem du diesen Reichtum erreichen kannst, oder ich gebe dir die magische Wunscherfüllungsformel für die Arbeit mit dem Universum, oder was auch immer, ist dir eigentlich im Prinzip unterm Strich wahrscheinlich relativ scheißegal. Hauptsache, das Problem wird gelöst, weil das, was du wirklich willst, wenn es um Geld geht, ist noch was viel weiteres, als nur, dass du Geld auf dem Konto hast. Du willst ein anderer Mensch werden. Könnt ihr mir bis hierhin folgen? Ihr habt Interesse an einem Ich 2.0. Macht das für euch Sinn, das ist ganz wichtig. Könnt ihr mir bis hierhin folgen? Und Katja sagt, ja, Maria sagt, ja, Reiner sagt, ja, so ist es. Weil das, was wir jetzt hier machen, das ist eigentlich das, was jeder gute Verkäufer lernt. Der lernt, erstens, Leute kaufen nur, wenn sie echte Probleme haben, wenn sie echte Schmerzpunkte haben. Wenn Leute gut drauf sind, machen die nichts. Dann sind die nicht motiviert, um was zu kaufen. Denkt daran, als ich euch gefragt habe, was ist mit dem Schwimmen lernen? Wenn ihr ein Geld schwimmen würdet, was wäre dann? Ihr würdet sagen, höchstwahrscheinlich würde ich dann was anderes machen heute Abend. Das ist das für euch Entscheidende. Es muss ein Problem da sein. Das weiß jeder gute Verkäufer und jeder gute Verkäufer weiß auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss irgendwie stimmig sein. Dass jemand sagt, ich gebe was, aber ich kriege ein Mehrfaches zurück, sonst bin ich gar nicht bereit zu investieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, es geht nicht darum, ein bestimmtes Produkt haben zu wollen oder eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, sondern die Leute wollen eine bessere Version von sich selbst. Sie wollen ein Ich 2.0. Sie wollen ein anderes Leben führen. Und Dieter sagt, ich habe das noch nie gesehen. Und Heidon sagt, puh, interessant. Und genau darum geht es mir, dass ihr das versteht. Weil wenn ihr ins Geldverdienen kommen wollt, wenn ihr wollt, dass die Leute euch das Geld hinterher tragen, dann müsst ihr ein solches Wow-Angebot schaffen. Je besser du für andere Leute Probleme löst und ihre größten Träume wahr machst, desto größer ist der Wow-Faktor. Und Bettina sagt, sehr spannender Blickwinkel. Bettina sagt, sehr spannender Blickwinkel. Und es ist aber der entscheidende Blickwinkel. Deswegen habe ich gesagt, es geht heute um Handwerk und Einstellung. Das ist der einzige Blickwinkel, der euch hilft, wirklich viel Geld zu verdienen, auf eine gute Art und Weise. Sonst müsst ihr irgendwie eine Bank überfallen oder sonst was. Das ist eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Aber wenn ihr auf eine gute, ehrbare, nobler Art und Weise an Geld kommen wollt, ist das die Voraussetzung dafür. Und DJ sagt, ist das jetzt nicht etwas sehr auf Lebenshilfe bezogen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warum kauft jemand einen Staubsauger? Problem ist, die Bude sieht kacke aus. Fegen ist keine Option. Dann doch lieber einen Staubsauger gekauft. Und warum will man es? Weil man eine schöne Bude haben will, wenn man sich wohlfühlen möchte. Weil man vielleicht auch sozial anerkannt werden möchte, nach dem Motto, wie sieht die Bude hier aus. Das sind die Motive, warum wir was kaufen. Oder du kaufst dir ein Auto, um von A nach B zu kommen, weil im Zug reisen oder zu Fuß gehen, ist nicht die richtige Option für dich. Oder aber du kaufst dir ein Zugticket, weil du sagst, mit dem Auto zu fahren ist Wahnsinn. Oder du sagst, ich kaufe mir ein Flugticket, ich kaufe mir ein Flugticket, weil mit dem Auto dahin zu fahren, oder zu Fuß zu gehen, oder mit dem Fahrrad nach Spanien zu fahren ist Wahnsinn, dann hole ich mir doch ein Flugticket. Es geht immer darum, dass die Leute ein Problem lösen wollen, und sie versprechen sich davon, dass sie in irgendeiner Art Paradies landen, das sie erreichen können, und das ist das, was sie ankickt. Und wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, wenn der Schmerzpunkt da ist, es noch keine guten Lösungen gibt, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, und du wirklich auch verdeutlichen kannst, dass das Paradies dann auf sie wartet, dann hast du eine Chance, dass die Leute dir die Bude einrennen, weil sie es gerne haben wollen. Und Franker sagt, klar soweit, ich löse täglich 100 Probleme, aber Geld dafür zu nehmen, fällt mir schwer. Da empfehle ich dir bitte nochmal die letzte Show, und die Übung mit den Kraftworten, da hängen nämlich Überzeugungen dahinter, zum Beispiel vielleicht, ich bin nicht gut genug, oder es ist nicht genug für alle da, und du kommst dir so vor, wenn du jetzt Geld nimmst, dass dann für andere nichts mehr da ist. Und es geht hier nicht nur unbedingt um Märchen erzählen, sondern es geht wirklich darum, dass Leute letztendlich immer angetrieben werden, diesen Schmerz zu lösen, und sie haben immer die Sehnsucht nach einem besseren Leben, und das ist das, was sie motiviert. Und wenn du was verkaufen willst, wenn du irgendwo eine Dienstleistung anbieten willst, geht es immer darum, dass du darüber nachdenkst, wo ist ein Schmerzpunkt, wie kann ich den lösen, wie kann ich den vielleicht auch so lösen, und dass ich es besser machen kann als andere, und wie kann ich den Leuten sagen, hör mal, das Problem hier, kann ich mit der und der Methode lösen, und das hast du nicht nur das Problem gelöst, sondern du hast auch noch mehr Frieden, kannst ein Buch schreiben, fühlst dich freier, bist unabhängiger, kannst nachts gut schlafen. Ja, versteht ihr, wie das funktioniert? Das ist ein simples Spiel, ganz simpel und ganz einfach, und wenn ihr das versteht, wenn ihr das intus habt, wenn das als Botschaft heute angekommen ist, dann habe ich einen guten Job gemacht. Ja, denn es geht darum, dass wenn wir im Dramaland leben, ja, im Dramaland sind wir häufig auf uns selbst fixiert, ja, was kann ich noch für mich irgendwie rausholen, was kann ich jetzt für mich haben? Vollkommen okay, ich habe ja gesagt, es ist okay, dass ihr egoistisch seid, aber wenn ihr Geld verdienen wollt, müsst ihr anders vorgehen, ihr müsst gucken, was ihr geben könnt. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, okay, Martin, aber wie geht das jetzt in der Praxis? Ja, ich habe das so ein bisschen theoretisch jetzt verstanden, wie geht das in der Praxis? Und dazu möchte ich dir gerne zum Abschluss noch eine kleine Geschichte erzählen und dir einen Tipp geben, was jetzt ein nächster Schritt sein kann. Und meine Geschichte beginnt im Jahr 1982 in Lemgo, das ist in der Nähe von Bielefeld, in Ostwestfalen, Lippe. Und damals habe ich in einem Geschäft gearbeitet namens Baschlebe. Das seht ihr hier auch, Hörgeräte, Baschlebe. Und es war so, das war so ein Laden, da gab es irgendwie auch Schallplattenspieler und die hatten eine Fernsehabteilung und auch Hörgeräte, aber es gab noch viel mehr und die hatten auch eine Schallplattenabteilung. Und diese Schallplattenabteilung hatte vorher eine Mitarbeiterin geführt, aber das hatte irgendwie nicht so richtig funktioniert. Man hatte sich von ihr getrennt und die suchten jetzt einen neuen Schallplatten-Disponenten. Und ich hatte damals gerade meine Ausbildung als Musikal-Gienhändler, da reden wir zum Jahr 1982, ist schon ein bisschen was länger her, meine Ausbildung als Musikal-Gienhändler beendet. Und sah diese Anzeige, habe mich dann dort beworben und bin auch genommen worden. Ich habe damals in Bielefeld gewohnt und das war dann immer so, dass ich jeden Morgen mit einem Zug da hingefahren bin und ich meine, der Zug, der hat immer so 20, 25 Minuten gebraucht, bis er dann in Lemko war. Ich hoffe, dass es einigermaßen wiedergebe. Vielleicht war es sogar ein bisschen länger, keine Ahnung. So, und als ich dann hingekommen bin und angefangen habe zu arbeiten, habe ich, das war jetzt sozusagen die erste Stelle sozusagen nach der Lehre, habe ich sofort richtig Gas gegeben. Ich wollte irgendwie unbedingt diese Abteilung richtig top machen. und aus irgendeinem Grund hat das irgendwie auch ganz gut funktioniert und dadurch ist etwas passiert, was ich total spannend fand. Der Inhaber, der Herr Baschliebe, begann mich zu respektieren. Ich war eigentlich noch ein Jungspund, aber der sagte, sie machen ihren guten Job, Herr Weiß, das respektiere ich, das finde ich gut an ihnen. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es geht immer darum, dass du verstehst, wo die Leute ein Problem haben und wenn du das löst, kriegst du bei denen ein anderes Standing. So, insofern war damals 1982 die Welt fast in Ordnung. Es gab nur ein Problem, das mich genervt hat und das war die viele Fahrereien. Ich bin im Prinzip morgens früh schon losgefahren, wenn es dunkel war, es war im Herbst, bin dann ins Geschäft gekommen, habe dann den ganzen Tag dort verbracht. Abends um halb sieben haben wir den Laden dicht gemacht, dann kommst du erst um Viertel vor sieben raus, Kasse machen und bla. Und dann war ich irgendwie immer so erst um halb acht, Viertel vor acht zu Hause und dann war auch irgendwie der Abend schon gelaufen. Wenn man den ganzen Tag im Laden stand, ist der Abend dann irgendwie danach vorbei. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Leben irgendwie immer bescheidener wird. Ich wache irgendwie eigentlich nur noch morgens auf, es ist dunkel, setze im Zug, sitze dann in einem Laden, verarmt es dann nach Hause, es ist wieder dunkel und lege mich dann ins Bett und habe dann gedacht, das kann einfach nicht mein Leben sein. Und in der Zeit war das so, dass ich irgendwie so ein bisschen so mein Herz für Soulmusik entdeckt hatte und ich war dann auf der Suche nach so ein paar Maxi-Singles. Und Maxi-Singles waren damals Singles, also eigentlich so Schallplatten, wo nur ein oder zwei Stücke drauf waren, in LP-Format, also in großem Format. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnern kann, lang ist sehr. Und das Faszinierende daran war, dass diese Maxi-Singles ganz schwer zu bekommen waren. Es gab zwar in Deutschland so ein paar Maxi-Singles, aber in den Diskotheken wurden andere Sachen gespielt. Und irgendwann kamen ein paar Jugendliche rein, die mich auch nach diesen Maxi-Singles fragten. Und dann dachte ich, ja, irgendwie stimmt, irgendwo kriegt man die gar nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und rausbekommen, dass es in Beggendorf damals einen Großhändler gab, der diese Sachen aus Italien und den USA importiert hatte. Und es war damals so, das wusste ich nicht, das habe ich erst mit der Zeit rausgekriegt, dass die in Deutschland so gut wie gar nicht zu bekommen waren, diese Maxi-Singles, die man quasi aus Italien, England und den USA importiert hat. Sondern die gingen meistens nach Amsterdam, dort gab es einen Schaltplatten, der hieß DJ Record Store und die ganzen Disc-Jockeys aus Ostwestfalen-Lippe sind dort hingefahren und haben sich bei dem eingedeckt. Und wenn die Leute dann Samstagabends in die Disco kamen, lief da Musik, die haben sie nirgendwo kaufen können. Und nun hatte ich aber diesen Großhändler in Deggendorf entdeckt und habe dort einfach mal so eine Ladung bestellt und den Jungen dem Bescheid gesagt, ja, hier am Freitag kommt was. Und dann haben die, als die am Freitagmorgen da kamen, standen die schon alle vor dem Laden Schlange und warteten auf diese Sendung, die auch erst um halb elf kam. Ja, aber es hat die nicht davon abgehalten. Irgendwie jedes Mal, wenn ein Lieferant reinkam, irgendwie guckten die, mal kommt der jetzt so. Ja, und als dann das Paket endlich ankam und ich es dann aufgemacht habe, ich habe gesagt, Kinder, ich muss sie wenigstens einmal durchgucken, ich muss sie auch auszeichnen oder sowas. Da haben die mir die fast förmlich aus der Hand gerissen. Und da habe ich was ganz Wichtiges gelernt, da habe ich gedacht, guck mal, wenn du irgendwas hast, was die Leute total gierig drauf sind und du hast das, dann verkauft sich das wie von alleine. So, da habe ich gedacht, okay, da habe ich so ein bisschen kombiniert und habe dann angefangen so ein bisschen zu recherchieren, habe dann eben das rausgekriegt mit den ganzen Discjockeys, dass es eine richtige Szene war, dass es ganz viele Leute gab in Ostfelsfall, die auf diese Musik gestanden haben, die das aber nicht kaufen konnten. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, dass ich zu Herrn Baschlebe hingegangen bin und gesagt habe, ja Baschlebe, ich finde das eine super Idee, wenn man so einen Maxi-Single-Laden aufmacht. Die Leute reißen uns die Schaltplatten aus den Händen. Und ich glaube, es ist keine gute Idee, das hier in dem Laden zu verkaufen, sondern man müsste einen separaten Laden nur für die Jugendlichen machen. Und dann kam mein Schlauer Plan und das Beste ist, wir machen das gleich in Bielefeld, weil hier Lemgo ist ja ein kleines Städtchen, aber Bielefeld, das ist ja so eine größere Stadt, nicht eine richtige Großstadt, aber schon eine größere Stadt, glaube ich damals 270.000 Einwohner, da können wir viel besser verkaufen. Ja, sagt der Baschlebe, das hört sich ganz interessant an, tragen Sie mal bitte ein paar Zahlen zusammen, stellen Sie mir das Konzept vor und dann habe ich ihm tatsächlich so ein kleines Pamphlet geschrieben zu Hause auf einer Schreibmaschine und habe ich mir von meiner Schwester ausgeliehen, die hatte ja damals die Schreibmaschine, habe ich also auf eine Schreibmaschine getippt, habe ich dann der Baschlebe gegeben, das war zu sagen dann mein Businessplan und habe dann irgendwie eine Woche oder zwei gewartet irgendwie und dann sagte er zu mir, wissen Sie was, er weiß, das Konzept finde ich so gut, das machen wir und ich wollte schon gerade den Luftfrunk machen, aber dann sagte er, aber in Lemgo und ich dachte, nein, bitte nicht, ich will doch hier weg, ich will jetzt nicht hier noch in Lemgo weiter versauern, habe ich aber auch nicht getraut, ihm das zu sagen, also er war irgendwie von Bielefeld nicht zu erzeugen, wenn dann nur in Lemgo hatte es schon so ein Ladenlokal irgendwie im Hinterkopf und ich dachte, nein, 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 ich will das auf gar keinen Fall, ich will auch nicht an Lemgo ziehen oder sonst was, kommt für mich nicht in die Tüte und ich war so frustriert, dass ich dann irgendwie an dem Abend aus dem Laden rausgegangen bin und dann mir einfiel, dass es in Bielefeld ein anderes Musikgeschäft gab namens Niemeyer, die waren da so Marktführer und dass ich auch schon mal mit dem Geschäftsführer in irgendeiner Form mal kurz gequatscht hatte und dann bin ich tatsächlich irgendwie noch auf dem Nachhauseweg zu einer Telefonzelle gegangen, habe da angerufen und habe gesagt, ich möchte gerne den Herrn Gener sprechen, das war der damals, Herr Gener, habe ich ihm am Telefon gesagt, ich habe ein Konzept, wie man einen Maxi-Single-Laden aufmacht mit ganz viel Marge, mit ganz viel Gewinn, habe ich gesagt und dann haben wir uns tatsächlich ein paar Tage später getroffen und dann habe ich ihn, glaube ich, drei Stunden lang im Kaffeeknicke begnetet, mein Konzept vorgestellt, Präsentationen geschrieben und ich wollte unbedingt, dass er mir an dem Tag auch Ja sagt, weil ich irgendwie eine Kündigungsfrist hatte, sonst musste ich nochmal drei Monate länger bleiben und ich glaube, ich hätte da zum Ende des Jahres, ging glaube ich, meine Probezeit zu Ende und dann hat er gesagt nach den drei Stunden, Herr Weiß, ich überlege mir das, kommen Sie doch heute Abend nochmal in den Laden, dann sage ich Ihnen, wie das ist und dann kam ich dann abends in den Laden rein und dann sagte er, also Herr Weiß, wir machen das, aber wir machen es nicht jetzt und da ist mir wieder das Herz in die Hose gesungen, da sagt er, aber wir machen das und so war es dann auch, er hat dann in Bielefeld ein Ladenlokal aufgetan, das auch an einer sehr guten Stelle war, das war zwischen zwei sehr angesagten Diskotheken, wo also die Jugendlichen abends dann auch langzogen und wir haben das dann im, ich glaube April 1983 haben wir dann den Laden aufgemacht, er hat das Geld gegeben, ich habe dann das Know-how reingegeben und dann haben wir das 12 Inch gemacht und das 12 Inch ist eingeschlagen wie eine Bombe, das ist im Prinzip vom ersten Tag an gelaufen, Gott sei Dank gelaufen, möchte ich an dieser Stelle sagen, weil wenn das ein Flop geworden wäre, hätte mich das wahrscheinlich für mein Leben geprägt, war es aber Gott sei Dank nicht, es lief, es gab es auch mal Tage zwischendurch, wo ich dachte, da kommt kein Umsatz, keine Leute rein oder so was, aber es lief einfach und es sprach sich auch relativ schnell rum und weil wirklich auch ein starkes Bedürfnis nach diesen Sachen war dann kamen die DJs dann auch zu mir, ja dann haben wir den DJs noch so Karten mitgegeben, so die sie den Jugendlichen in die Hand drücken konnten, wenn die nach dieser Maxi-Single, die da gerade in der Diskothek lief, ja konnten sie den Titel auf die Karte schreiben und überreichen und mit dieser Karte sind die Leute dann ins 12 Inch reingekommen, also es hat echt perfekt funktioniert, Herr Gena sei Dank, dass der das damals in die Hand genommen hat und auch finanziert hat und das quasi ermöglicht hat und auch den vielen, vielen Kunden, die dazu gekommen sind, ebenfalls Dank, also es ist irgendwie aufgegangen und das war wirklich verrückt, ich habe teilweise Leute gehabt, die von Flensburg bis hin aus dem tiefsten Bayern mir Bestellungen geschickt haben, per Brief damals noch, also Fax, SMS, E-Mail gab es noch nicht und es hat wirklich gebrummt ohne Ende und eine Sache, die besonders wichtig war und die ich damals auch gelernt habe, war, dass du relativ schnell merken kannst, ob ein Ding zum Hit wird oder nicht wird und das habe ich so gemacht, dass ich immer Samstagabends in die Diskothek gegangen bin und ich hatte eine besondere Diskothek, das war das Circus in Bielefeld, vielleicht kennt das irgendjemand, ist auch schon ziemlich lange her, das war eine sehr angesagte Diskothek damals und der Diskjockey, Hardy, der hat damals aufgelegt und der war bei mir Stammkunde und der hat dann irgendwie immer Samstagabends die Scheiben gespielt und wenn er jetzt eine neue Scheibe aufgelegt hat, dann war das immer so, dass die Tanzfläche als erstes immer gefegt war, die Leute haben immer zu den Sachen getanzt, die sie erst mal kannten, das heißt, als erstes Mal war meistens schon so ein, war noch keine Aussage, ob das Ding jetzt geht oder nicht geht und das wusste Hardy auch, deswegen hat er es nicht nur einmal aufgelegt, sondern zweites oder drittes Mal und du konntest spätestens beim zweiten Mal ganz bestimmte Leute auf die Tanzfläche gegangen sind, es gab immer so ein paar Vortänzer in dem Laden, die also wirklich zu allem irgendwie so abgerockt haben, wenn die spätestens beim zweiten Mal auf der Tanzfläche drauf waren, war das schon mal ein erstes gutes Zeichen und wenn du beim dritten und vierten Mal in der gleichen Nacht gesehen hast, jetzt gehen aber immer mehr Leute drauf und finden das gut, dann wusste ich, am Montagmorgen muss ich diese Scheibe bestellen, weil ab nächste Woche werden die Leute alle noch diese Scheibe fragen, ist wirklich wahr. Das war Martins Marktforschung und das war eine weitere Lehre, die ich bekommen hatte vom Leben, die mir gesagt hat, du musst, wenn du wirklich nach Hits suchst, nicht danach gucken, was irgendwie letzte Woche gut gelaufen ist, sondern du musst gucken, findest du etwas, was als nächstes kommt. Und Steve Jobs hat das mal später, Steve Jobs ist der Mitbegründer von Apple, hat man später gesagt, man muss immer nicht danach gucken, wo der Puck gerade ist im Eishockeyspiel, Eishockeyspiel, sondern wo der Puck hingeht. Und das alles erzähle ich euch als Hinweis dafür, wie ihr jetzt eine Idee finden könnt, um mehr Geld zu verdienen. Was heißt das jetzt hier eigentlich ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass ich euch alle einlade, die ihr mehr Geld haben wollt, anzufangen, eure Situation, eure Lebenssituation aus einer neuen Warte zu betrachten und Trennforschung zu betreiben. Und Trennforschung heißt, dass ihr anfangt herauszukriegen bei Leuten, wo haben die ihre Schmerzpunkte? Was für Schmerzpunkte sind noch nicht gelöst? Das fängt zum Beispiel an, wenn du irgendwo beschäftigt bist, krieg raus, wo sind die Schmerzpunkte für deinen Arbeitgeber? Ich habe den Respekt von dem Herrn Baschlebe nur deswegen bekommen, weil ich ihm ein Problem gelöst habe. Damals war das noch nicht so, dass ich so helle war, dass ich das so reflektiert hier alles wiedergeben kann, dass ich das damals hätte so reflektiert wiedergeben können, wie ich es heute tue. Damals war das irgendwie so eine Instinktreaktion, irgendwie so ganz natürlich und das war für mich ein Lernenderlebnis und ich habe es dann auch später gemerkt, als ich zu anderen Firmen gegangen bin, je mehr ich in der Lage war, irgendwie die Probleme meiner Chefs zu lösen, desto mehr Freiheiten hatte ich. Ich bin zum Beispiel danach zu einer Firma nach Düsseldorf gegangen, die hieß Rush Records und dann zu einem Tochterunternehmen namens Discobox und bei Discobox mussten alle Mitarbeiter ein- und ausstempeln, nur ich nicht. Ich habe irgendwie von Anfang an, die wussten irgendwie, dass ich fit war irgendwie auf meinem Gebiet, von Anfang an gesagt, ich mache das nicht, ich mache hier einen guten Job, aber ich stempele weder ein noch aus. Das haben die damals akzeptiert und da habe ich verstanden, wenn du einen guten Job machst, wenn du den Leuten Probleme löst, dann wirst du immer frei sein, weil du etwas machst, was die anderen nicht machen, was aber nachgefragt wird. Und wenn das als Botschaft bei dir ankommt, dann ist das großartig. Und ich weiß, dass ich damals mit einem Mitarbeiter, einem Kollegen irgendwie gesprochen habe, der sagte, wie kriegst du das eigentlich hin, dass du viel mehr Geld verdienst als die anderen und wie kriegst du das eigentlich hin, dass du nicht einstempeln und ausstempeln musst. Und da habe ich ihm das gesagt, du musst rauskriegen, was haben die hier für Probleme und musst du lösen und dann musst du Verbesserungsvorschläge einreichen. Musst du sagen, pass mal auf, hier hast du das und das Problem, wenn ich das und das für dich löse, kriege ich dann mehr Geld oder kriege ich dann an der und der Stelle mehr Freiheit. Und ein Chef, der klug ist, der sagt sich, ey, wenn der jetzt wirklich hier dieses Problem löst und das hinkriegt und seine Arbeit auch weiterhin gut macht oder sowas, natürlich sage ich da ja dazu, ich kriege ja einen Vorteil davon. Und dann ist er aber zu seinem Chef hingegangen und hat gesagt, ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge, stellen Sie doch bitte mal irgendwie einen Springbrunnen in den Eingang rein, das macht das ein bisschen netter. Dafür hat er jetzt irgendwie keine Gehaltserhöhung gekriegt. Also du musst wirklich ein echtes Problem finden, was auch immer das sein mag. Und wenn du das lösen kannst, wenn du dafür ein Angebot hast mit deinen Bordmitteln, dann sind die Leute in der Regel sehr offen. Du musst es natürlich dann auch sagen, du, wenn ich das jetzt für dich löse, dann will ich auch was dafür. Das ist natürlich Vorausbedingung. Nur zu sagen, ich löse die Probleme und du willst nichts dafür, das ist ein Deal, der nicht aufgeht. Im Business geht es immer um Geben und Nehmen. Aber es geht nicht nur um Arbeitgeber. Guck in deinen Bekanntenkreis. Was nervt deine Bekannten? Was nervt deine Freunde? Wobei beklagen sie sich? Und gibt es da irgendeinen Schmerzpunkt, den du lösen kannst? Ein anderes Beispiel als wahre Geschichten aus meinem Leben. Ich habe mal in einer Computerfirma gearbeitet und habe dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weiß ich auch nicht mehr warum, von einer Firma namens TCA ein Angebot bekommen, dass man dort Anrufbeantworter kaufen konnte, die aus China oder Japan kamen und die irgendwie repariert worden waren, also zweite Wahlgeräte sozusagen. Und das war auch noch in den 80er Jahren und da war das nicht so wie heute, dass du ein Handy hast oder irgendwie T-Box oder was weiß ich, sondern Anrufbeantworter waren luxusgut. Und ich habe die dann damals im Freundesgeist verkaufen können für 180 Mark. Und das war noch günstig, weil ein guter Anrufbeantworter war für 300, 350 Mark zu haben. Das hat man mindestens bezahlt und das war einfach so ein Deal. Und das Interessante war, ich habe das dann mit ein paar Leuten besorgt irgendwie und dann rief mich von quasi aus dem Nichts andere Leute an, die diesen Anrufbeantworter gesehen haben und dann haben die gesagt, ja, habe ich günstig gekriegt, hier, ruf mal den Martin an. Und so habe ich plötzlich Anrufbeantworter verkauft eine Zeit lang. Das ist echt wahr. Also guckt einfach mal, was gibt es im Bekanntenkreis, was die Leute nervt und wenn du was hast, was du mit deinen Bordmitteln lösen kannst oder wo du eine Lösung finden kannst, geh los und finde die Lösung dafür. Und wenn du selbstständig bist, dann ist es noch einfacher, weil als Selbstständiger kannst du wirklich losgehen und gucken bei den Kunden, was haben die für Probleme, weswegen können die nachts nicht schlafen, was macht die fertig. Und dafür kannst du dann ein Angebot entwickeln. Und du kannst das Angebot testen, indem du die Leute einfach fragst, hör mal, du, wenn ich dieses Angebot für dich hätte und das würde jetzt das und das kosten, wäre das okay für dich. Dann würdest du mir das abkaufen. Und wenn du dann ein Ja bekommst, wenn die sagen, ja, du, ich bin bereit, kannst du dich drauf verlassen, kaufe ich. Für den Preis ist es in Ordnung. Dann hast du meines Erachtens den Wow-Faktor gefunden. So, und das ist natürlich eine kleine Reise, das muss man natürlich auch ein bisschen ausfinden. Ich habe jetzt immer so von so, manchmal auch so von Glücksfällen gesprochen. Es war ja nicht so, dass ich damals in Lemgo jetzt den Geistesblitz hatte, sondern ich habe einfach Sachen ausprobiert, um da wegzukommen und es auch ein bisschen aus Eigeninteresse gehandelt, weil mich die Musik interessiert hat. Auch mit den Anrufbeantworten war jetzt keine clevere Einkaufsstrategie, sondern war so ein bisschen Zufall und es hat sich ergeben und Nachfrage war da und die konnte ich bedienen. Ja, aber du verstehst hoffentlich, ja, wenn man sich aufmacht, die Augen aufmacht, sich aufmacht, ja, für die Probleme in deiner Umwelt, bei der Arbeit, bei deinen Bekannten, bei deinen Kunden, wenn du selbstständig bist und anfängst dafür aktiv, Lösungen zu finden und anzubieten und diese Lösung so anbietest, dass sie a, den Schmerzpunkt adressieren, dass ich sage, pass auf, du hast das Problem XYZ, ich habe wieder ein Angebot, damit erreichst du das und das, das Problem wird gelöst und du fühlst dich und jetzt kannst du ganzen Dinger nehmen, die ihr vorhin in den Chat reingetippt habt. Du fühlst dich freier, kreativer, kannst mehr mit deinem Leben an spannenden Sachen machen, kannst dir mehr Luxus gönnen, du kannst mehr für andere Leute spenden, du kannst die Welt verbessern, du kannst, ja, du hast mehr Freizeit für dich, du bist unabhängiger, du stehst auf eigenen Füßen. Ja, also diese, sag ich mal, eher, ja, tieferen Werte, die die Menschen interessieren. Wenn du das noch an dein Angebot dranflanschen kannst, dann hast du einen Wow-Faktor. Ja, also, realer Schmerzpunkt und ein Happy End, ja, wenn du die beiden Sachen miteinander kombinierst, dann hast du ein Angebot mit Wow-Faktor gefunden und da ist es dann so, dass die Leute dir das Geld geben wollen. Margarita sagt zum Beispiel, warum gehen Leute zum Beispiel zum Fotograf, wo ist da der Schmerz? Ich stehe da etwas auf dem Schlauch. Nehmen wir mal an, du hast ein Kind, das du über alles liebst, ja, aber du hast kein Foto, das ist doch scheiße. Würdest du gerne mitnehmen, das Foto? Würdest du gerne rumzeilen oder würdest du vielleicht deinen Verwandten mal schicken? Ja, aber hast du nichts, kannst du nichts rausschicken, weil nichts da ist, das ist der Schmerzpunkt. Ja, du kannst den anderen Menschen keine Freude machen. Also gehst du zum Fotografen mit deinem Kind und lässt es dort fotografieren. Oder du heiratest, ja, und die einzige Erinnerung, die du danach hättest, wäre quasi das, was du im Hinterkopf behalten hast und das ist doch schade. Das wäre doch traurig, ja, dieser wunderbare Tag, der vielleicht so wichtig für dich ist, ja, das ist der Schmerzpunkt und wenn du einen Fotografen engagierst, der da knippst und auch schöne Fotos macht, tolle Fotos macht, Fotos, die wirklich diese Stimmung einfangen, diesen Augenblick verewigen, ja, dann hast du nicht nur, sag ich mal, eine Woche nach der Hochzeit was davon, sondern Jahre oder Jahrzehnte, ja, vielleicht kannst du noch 30, 40 Jahre dir Fotos angucken, bist ganz wehmütig im Herz, ja, weil du diese wunderbare Erinnerung behalten konntest. Also das ist einfach eine Möglichkeit und denk immer dran, egal, was die Leute machen, sie wollen immer Schmerzpunkte lösen und ein besseres Leben führen, ein besseres Ich sein. Das sind die beiden Motive, mehr gibt es nicht und das Einzige, was wir machen müssen, ist einfach wirklich danach zu schauen, wenn ich zum Beispiel ein Seminar anbiete, ist das das Erste, worüber ich nachdenke, was ist der Schmerzpunkt der Leute, warum wollen die das machen, wie sieht es aus, wenn sie es gelöst haben und was ist vielleicht der weitere Vorteil, was ist das Paradies, das Happy End, das sie bekommen, ja, wenn sie das machen. zum Beispiel immer zum Beispiel das Thema innere Stimme, warum wollen Leute ihre innere Stimme finden? Ich glaube, dass das zum Beispiel ein Schmerzpunkt für viele Leute ist, die ihre innere Stimme nicht kennen, nicht hören, ja, dass sie oft falsche Entscheidungen treffen, dass sie oft in der Sackgasse landen, dass sie orientierungslos sind, vielleicht sogar, dass sie auch Angstzustände haben, weil sie das Gefühl haben, das ganze Leben ist, sie sind komplett alleine, es gibt nichts, was sie unterstützt, weil sie ihren inneren Kompass nicht haben und das sind Schmerzpunkte und umgekehrt ist es so, wenn jemand seine innere Stimme entdeckt, das ist für mich ja der ganz große Big Shift und anfängt seinem Herzen zu folgen, dann ist Orientierung da, man kann leichte Entscheidungen treffen, das Leben wird insgesamt glücklicher als wirklich war, aber so denke ich, wenn ich über ein Seminar nachdenke und so mache ich auch einen Verkaufsbrief fertig, so kündige ich das auch an, ich nenne den Leuten immer den Schmerzpunkt und ich sage ihnen auch, was drin ist, wenn sie das so anwenden, wie von mir vorgeschlagen. Dann habe ich eine Teilnehmerin, die schreibt, ich bin Märchenerzählerin und ich habe nicht den größten Schimmer, wie ich damit Geld verdienen soll. Also Geschichten erzählen ist zum Beispiel etwas, was eine so gut bezahlte Kunst ist, wenn man gelernt hat, das zu vermarkten, das ist einfach unglaublich. Wenn ihr einfach nur mal alleine guckt, wie viele Geschichten noch nicht mal im Kino, sondern einfach nur im Fernsehen erzählt werden. Jeden Tag gibt es zig Seifenopern, Fernsehserien, Netflix, Amazon, Sky, die ganzen Fernsehsender. Überall werden Fernsehgeschichten erzählt, weil Leute danach dursten, gute Geschichten zu hören. Wir gucken uns gute Geschichten im Kino an, wir gucken uns gute Geschichten als Kurzfilm bei YouTube an, wir lesen uns gute Geschichten als Bücher durch und es löst einen ganz großen Schmerzpunkt. Viele Leute werden dadurch A, gut unterhalten, durch ein gutes Buch und B, auch noch inspiriert und sie lernen vielleicht sogar noch was fürs Leben, wenn das Buch richtig, richtig gut ist. Und wenn ihr so denkt und auch versteht, Leute kaufen das nicht aus Süx und Dollerei. Ihr würdet hier nicht hingehen zu diesem Seminar, wenn ihr ein Geld schwimmen würdet und ihr geht hier auch nicht hin, wenn ich das Telefonbuch vorlesen würde. Denkt dran. Dann wird es hoffentlich klar, dass alles menschliche Verhalten, wenn es um Geld geht, ist von diesem Ego-Ding getrieben. Sandra sagt, ich erspüre Probleme schon viel früher, Teil ein bis zwei Jahre bevor es entsteht. Wie kriege ich dann einen Chef oder Menschen dazu, es dann schon annehmen zu können oder gar umzusetzen? Hat bisher noch nie geklappt. Kann auch nicht klappen. Sandra, das haut nicht hin. Die Leute wollen jetzt die Probleme gelöst haben, die sie jetzt haben. Deswegen ist es auch so, wenn du hingehst und den Leuten ein Problem lösen willst, das sie noch gar nicht als Problem erkannt haben, wirst du es nicht verkaufen können. Aber jemand, der jetzt in der Wüste unterwegs ist, nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Glas Wasser. Wenn jemand durch die losgeht und losmarschiert und ich sage, pass mal auf, kauf mal hier einen Liter Wasser, kannst du vielleicht später gebrauchen. Und jemand sagt, brauche jetzt kein Wasser, ich bin nicht durstig, ich habe genug getrunken. Jetzt geht der aber ein paar Stunden durch die Hitze, dann ist der so durstig, wenn ich dann nochmal auftauche mit meinem Liter Wasser, dann kann ich den vielleicht für das Zehnfache vom Preis verkaufen, wie ich vielleicht vorher bekommen hätte, wenn ich ihm das angeboten hätte. Das heißt, du musst schon warten, bis der Leidensdruck so hoch ist, dass Leute sagen, ich will das jetzt gelöst haben. Und Sonja sagt, Chefs, die Probleme nicht sehen wollen, dann ist das Interesse auch an der Lösung nicht da. Das braucht er nicht zu verkaufen, das funktioniert nicht. Das ist das harte Geschäft. Aber wenn der Chef, wenn ihr mit eurem Chef mal unterhaltet und ihr fragt ihn, was ist denn das, was sie am meisten nervt oder wir hätten sie gerne eine Lösung. Und du fängst mal einfach an dich mit dem zu unterhalten und fragst mal wirklich nach, was nervt sie denn eigentlich oder wo würden sie sich noch mehr Unterstützung wünschen in diesem Unternehmen. Und du hörst einfach nur mal zu. Und dann sagt er dir was, zum Beispiel, ja, hier irgendwie in der Abteilung gibt es echt Probleme mit dem und dem irgendwie Vorfall oder mit dem und dem Ablauf oder uns springen immer wieder da die Kunden ab und das nervt mich total, aber wir haben es bis jetzt nicht lösen können. Und du findest einen Weg, die Kunden zu behalten oder neue Kunden an dieser Stelle auch zu gewinnen. Und du sagst ihnen das, pass auf, wenn ich die Kunden kriege und dadurch wird dieses Problem hier gelöst, dann hätte ich gerne XYZ. dann bist du auf einer Ebene, wo du mit deinem Chef auf Augenhöhe verhandelst. Und wenn du liefern kannst, das ist natürlich die Voraussetzung, dann hast du dir einen Vorteil der Wirtschaft. Wenn du nicht liefern kannst, ist es vielleicht auch nicht schlimm, weil dein Chef sagt, naja, war nichts. Okay, er hat auch nichts verloren. Du hast nichts gewonnen, aber er hat auch nichts verloren. Das ist eigentlich ein Win-Win. Beide Seiten gewinnen. Heinz sagt, ich habe immer Bedenken, dass ich zu viel Arbeit in einen Online-Kurs stecke und es sind nicht genug Kunden vorhanden, denn ich bewege mich in einer sehr kleinen Nische. Und vielleicht sind diese Bedenken berechtigt, Heinz. Musst du schauen. Gibt es genug Leute, die das haben wollen? Es ist genug Leute, die dieses Problem gelöst haben wollen. Beim Chef ist die Zielgruppe einer. Verkaufst du einen Online-Kurs, musst du schon mehr rekrutieren. Hier ist ein kleiner, feiner Tipp am Rande aus meinem Schatzkästlein der vielen Erfahrungen. Setz dich hin, konzipiere den Kurs durch. Das kostet sich kein Geld, das kostet sich ein bisschen Zeit, ein bisschen Einsatz, aber konzipiere den Kurs durch. Überlege dir genau, wie du ihn aufbaust, was in den einzelnen Modulen passiert, aber arbeite die Inhalte noch nicht aus. Nur, dass du eine Struktur klar hast und dann biete den Kurs an. Biete den Kurs an, sobald du die Struktur im Hinterkopf hast und schaue, ob Leute es kaufen oder nicht. Mein Questkurs zum Thema Berufung, weißt du, wie der entstanden ist? Ich habe einfach eine kleine Liste damals gehabt von 200 Newsletter-Adressen, die ich mal irgendwie gesammelt hatte und den habe ich einen Abend, bevor ich mit meiner damaligen Freundin und späteren Frau Maren nach Lanzerote geflogen bin, habe ich den Newsletter rausgeschickt und die Leute haben gesagt, pass auf, ich mache im April einen Kurs zum Thema Berufung und ich habe den damals angeboten für 125 Mark oder 100 Mark oder 75 Mark oder 100, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe ihn auf jeden Fall für kleines Geld angeboten. Und dann bin ich für, glaube ich, für 10 Tage sind wir dann in den Urlaub geflogen, kam zurück und dann hatte ich echt 7 Anmeldungen. Und dann musste ich dann liefern, jeden Montag um 17 Uhr und musste ich die neue Lektion ausliefern. Weiß ich noch ganz genau. Und das war super. Dadurch, dass ich jetzt wusste, da sind Leute, die warten darauf, das, was ich da zu liefern habe, da waren die so begeistert, da war ich so auch motiviert, dass so der Questkurs entstanden ist. Und das habe ich dann später häufiger so gemacht. Nur einmal habe ich das nicht gemacht, da habe ich mal mit jemandem zusammen so einen Kurs zum Thema Teamsupervision entwickelt, die war da inhaltlich sehr fit und da haben wir den Fehler gemacht, den Kurs zu entwickeln und erst dann wollten wir ihn anbieten und den Kurs haben wir nicht ein einziges Mal verkauft. Also erst Konzept, dann verkaufen, dann umsetzen. Bettina sagt hier, aber wie finde ich als professionelle Märchenerzählerin den Schmerzpunkt? Also liebe Bettina, wenn du mal bei YouTube reingehst und gibst mal dort als Begriff ein Befreie dich von den Ketten negativer Gedanken und Gefühle. Ich glaube, es reicht sogar schon, wenn du negative Gedanken und Gefühle eingibst, dann stöchst du auf ein altes Video von mir und in diesem Video geht es darum, dass ich eine Geschichte erzähle von einem Joe, der in eine ziemliche Krise reingeraten ist und dann so schlimm vom Leben angepackt worden ist, dass er dann in meinem Kurs gelandet ist damals, wo er keine Kohle mehr hatte und dann hat er sich aber mit den Techniken, die wir damals, die ich damals in meinem Kurs hatte, konnte er sich da wieder rauslavieren. Das ist die Geschichte. Und diese Geschichte habe ich zusammen, das ist eine wahre Geschichte, die wirklich passiert ist, die habe ich zusammen mit einem Märchenerzähler einmal strukturiert auseinandergenommen und ich habe jetzt seinen Namen nicht zur Hand. Das ärgert mich total. Ein Perser ist das, sagt Karl. Alireza ist das. Da haben wir es doch. Alireza ist das. Genau. Alireza. Mit Alireza, der hat mich damals unterstützt. Ich habe mit dem auch ein Interview gemacht, bei YouTube findet man das auch und mit dem habe ich das gemacht und wir haben die Geschichte, sind wir nochmal durchgegangen. Das ist eine wahre Geschichte, den Joe gibt es wirklich. Ich habe den später auch nochmal interviewt und wir haben aber einfach nur die ganze Geschichte einmal nochmal von der Dramaturgie überprüft und dieses Video ist über 600.000 Mal abgerufen worden. Das musst du dir mal vorstellen, über 600.000 Mal. Das Video war einfach nur ein Ding, irgendwie das hatte ich aufgenommen, um einen Kurs zu bewerben, habe es auch am Anfang gleich gesagt. Da ist ein Coaching-Beispiel auch mit dabei oder sowas. 680.000 Mal abgerufen worden. Das musst du dir mal vorstellen. So kraftvoll sind Geschichten. Und wenn ich das gewusst hätte, was das für eine Power hat, ich habe das vollkommen unterschätzt, ich habe das Video nur auf YouTube gestellt, habe es vergessen, bis ich irgendwann gesehen habe, oh bocke, das haben 30.000 Leute abgerufen, dann waren es 50.000, 100.000, 200.000 Leute. Absoluter Wahnsinn. Und ich bin sehr froh, dass ich mir den Alireza, den Namen noch nennen konnte, das ist mir gerade entfallen, weil dem gebührt ja echt ein großes Lob, der hat mich dabei echt voll unterstützt. Und das ist, wenn du lernst, deine Gaben und deine Fähigkeiten zu wertschätzen. Gut ihr Lieben, ich würde gerne an dieser Stelle für heute Finale machen, wir sind so ein bisschen über die Zeit hinaus, ich bin auch so ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ich lade euch sehr ein, mit den Inspirationen ins Wochenende zu gehen und was daraus zu machen. Lasst euch davon befruchten, träumt darüber, seid offen, öffnet euch dafür, dass ihr zu Problemlösern und Problemlöserinnen werden könnt und dadurch euren Erfolg wirklich verbessern könnt. Das ist mein Tipp für heute. Ich sage euch allen, schönes Wochenende, Mitschnitt werden wir nächste Woche auch online stellen. Danke für alles, dass ihr dabei wart. Das bedeutet mir immer wieder eine Menge, wenn ihr hier mit dazukommt, und für heute einen schönen Abend und nochmals danke für die ganzen Genesungswünsche, freue ich mich auch sehr drüber. Es wird mir bestimmt helfen, dann am Wochenende wieder fit zu werden. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.